So, kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich hatte null Deaths, ja? Null. Und so soll's auch eigentlich bleiben. Aber was ist das jetzt? Ich mach's extra mal langsam. Ich nutz... Achtung, perfekte Moment meiner Meinung nach zum Duken. Und Achtung. Was ist das zum Teufel? Hä? Ich mach's nochmal hier. Jetzt die ganze Maler-Geschwindigkeit. Cool! Mein Harammer!